Heute geht es um einen Film, der etwas Geschichtliches hat, aber auch etwas Katastrophenmäßiges. Das heißt, ein katastrophenhistorischer Film, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass als ich den Trailer gesehen habe, irgendwie nicht groß gespannt darauf war und wusste irgendwie nicht, ob der Film jetzt wirklich gut wird oder nicht und muss auch ehrlich sagen, vorab schon, dass ich nicht so eine gute Bewertung von mir erwartet habe. Aber der Film ist wirklich gut und worum geht's? Es geht um Deep Water Horizon. Deep Water Horizon erzählt die Geschichte von der Bohrinselkatastrophe von 2010. Damals sind Menschen umgekommen und ja, das Ganze hat sich ziemlich katastrophal abgespielt. Daher muss man ehrlich sagen, wandert der Film hier doch ein bisschen Realismus um, denn in den meisten Filmen, die man so sieht, die irgendwie etwas Geschichtliches haben, wird es meistens so umgesetzt, dass irgendwie etwas Hollywood-Blockbuster-mäßiges mit reinkommt. Das heißt, in diesem Fall wären es dann große Explosionen, viel Feuer, viel Blut und alles, was man so dann haben könnte, damit die Leute doch ins Kino oder beziehungsweise den Film jetzt auf Blu-Ray und DVD besorgen, damit die Leute den Film kaufen und der Film den Leuten doch auch gefällt. Doch hier ist es so, dass der teils, teils damit handelt. Das heißt, wir haben wirklich große Explosionen, wir haben irgendwie ziemlich viel Spannung und viel Action, die der Film auch wirklich gut umsetzt, aber gleichzeitig haben wir auch irgendwie diesen realistischen Punkt, der irgendwie das Ganze, ja, wirklich glaubwürdig rüberbringt und wirklich glaubwürdig verpackt, dass man wirklich am Ende sagen kann, okay, das hatte doch wirklich ein Pünktchen an Realismus, das könnte sich wirklich so abgespielt haben, so sind die Menschen damals gestorben, so hat sich das alles abgespielt und das finde ich in Filmen immer wieder genial, weil es wirklich, glaube ich, nicht einfach ist, das so umzusetzen, dass er spannend, actionhaft ist und gleichzeitig aber auch wirklich noch diesen historischen oder, ja, Vergangenheitsfaktor mit drin hat, dass es wirklich so passiert sein könnte. Damit das Ganze aber realistisch verpackt rüberkommt, braucht man natürlich auch Schauspieler, die das Ganze wirklich gut machen und da haben wir Mark Wahlberg in der ersten Hauptrolle, die wirklich super genial gewählt ist oder ihn wirklich super genial besetzt, weil er, es bringt es einfach gut auf die Leinwand, er zeigt einfach, okay, wie agieren die Menschen in wirklich so einer Notsituation, was denkt man sich da alles bei und es werden kleine Details einfach erzählt und gerade auch er bringt es einfach, was Emotionen geht, wunderbar auf die Kamera, irgendwie dieses Leiden, was da war, aber auch irgendwie dieser Ehrgeiz, das alles noch so zu packen und es ist einfach wirklich genial, was der hier auf die Leinwand bringt. Ich bin ein großer Mark Wahlberg-Fan, ich sehe ihn immer wieder gerne, beispielsweise auch in Boston oder Patriots Day, würde ich mich freuen, wenn ich mir den da anschauen werde und daher muss ich einfach sagen, bringt er es hier wirklich sehr, sehr gut und präzise auf die Leinwand. Schauspielerisch muss ich auch noch hervorheben, das ist Kurt Russell und John Malkovich, den ich beide super gerne sehe, beispielsweise Kurt Russell in The Hateful Eight, der wirklich super gut das Ganze rüberbringt. Man weiß einfach, er kann so einen Film auch wirklich tragen und den sieht man einfach auch hier wirklich gerne auf der Leinwand, der es auch super emotional rüberbringt und das Ganze auch wieder noch so ein bisschen Realismus beinhaltet, was er denn da so spielt. Und dann haben wir noch John Malkovich, den ich auch super gerne sehe, der hier aber auch irgendwie diesen Aspekt einbringt, dass er die Leute, die da wirklich an dieser Obooinsel noch arbeiten und tun und machen und das Ganze versuchen zu retten, irgendwie versucht dann auch in Schutz zu nehmen. Es hat irgendwie etwas, ja, sagen wir moralisch und ethisches, wo man sagt, okay, ist es denn jetzt wirklich gut, dass die da jetzt wirklich noch ihr Leben aufs Spiel setzen, um das alles so zu retten, wie es denn vielleicht gar nicht mehr zu retten ist. Und da ist einfach wirklich dieser Aspekt, den er mit reinbringt, der mir super gut gefällt. Und wie gesagt, auch hier einfach wieder diesen Realismus mit einspielt, dass nicht nur Action da ist und wirklich nur die Leute angelockt werden, sich den Film anzuschauen, sondern auch wirklich ein wahres Ereignis, ja, realistisch umgesetzt wird. Somit ist Deepwater Rise am Ende ein Film, der mir richtig gut gefallen hat, den ich auch gerne weiterempfehlen darf. Ich habe ihn jetzt auf Blu-ray sehen können und ich verlose auch noch eine DVD. Das heißt, wenn ihr wirklich Lust auf den Film habt und ihr sagt, hey, diesen Film, den würde ich mir doch gerne anschauen und ihr sagt, hey, das hat mich jetzt einfach auf eine Idee gebracht, dass ich mir so einen Film doch mal anschaue, wenn es vielleicht gar nichts für mich ist, dann macht doch einfach beim Gewinnspiel mit und schreibt mir einfach in die Kommentare, welcher Film ist euer Lieblingsfilm mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle oder als Nebendarsteller zumindestens, wo Mark Wahlberg mitspielt. Welcher Film ist da euer Lieblingsfilm? Wenn ihr einen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wenn nicht, dann, ja, schreibt mir doch einfach euren Lieblingskatastrophenfilm, welcher da denn euer Lieblingsfilm sein sollte und dann könnt ihr direkt an der Verlosung teilnehmen. Die Verlosung wird 24 Stunden, das heißt von 18 Uhr heute bis morgen 18 Uhr. An diesen 24 Stunden könnt ihr, oder sagen wir mal 48 Stunden, in 48 Stunden könnt ihr teilnehmen. Das heißt, Freitag um 18 Uhr ist Ende, dann dürft ihr nicht mehr euch einschreiben. Tippt einfach in die Kommentare und ihr nehmt dann teil, wenn ihr noch Freunde habt, die sagen, hey, vielleicht gefällt mir der Film auch oder, ja, den würde ich mir doch auch gerne anschauen, dann schreibt den doch einfach. Natürlich dürfen die auch an der Verlosung teilnehmen. Doch, ein Einwurf, nämlich nur Abonnenten gewinnen hier etwas. Das heißt, ihr müsst den Kanal schon abonniert haben und wie gesagt, dann einfach ein kleines Kommentar schreiben. Damit bekommt der Film und jetzt ist die Wertung 8,5 von 10 möglichen Punkten und ist eine wirkliche Empfehlung, weil er einfach super genial umgesetzt ist. Ich mag einfach den Film, wie er so, ja, an Realismus rangeht, wie er aber auch gleichzeitig die Spannung hält und wirklich was fürs Auge ist und der Eyecatcher da ist. Da muss ich einfach sagen, ist der Film wirklich gut umgesetzt und bekommt von mir 8,5 Punkte. Das war es jetzt wieder schon mit meiner Filmkritik. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da oder abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und damit bin ich, wie gesagt, durch. Ich wünsche euch noch eine schöne Kinowoche, viel Glück beim Gewinnspiel und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, weiterschauen. Bis dahin, weiterschauen.